Ja, wir warten auf das nächste Spiel. Haben wir wieder verloren, glorreicher Weise. Übrigens nette Spieler waren das, aber vor allem Lili, der war echt die Härte. Tja, dass es da nicht mehr viel Geld gibt. Ah, hier kann man seine Lieblingshelden mittlerweile reinsetzen. Oder gab es das vorher schon? Ah, Sky Temple. Ah, Sky Temple. Mal sehen. Wie es da ausgeht. Tempel. Oh, die werden auch noch als erstes, oh Gott, die werden als erstes angezeigt. Ähm. Ich bin als letzter dran. Da würde ich fast, ähm. Sky Temple, was, 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 was nehme ich denn da? Wenn ich immer da die Dings verteidigen müssen. Hm. Ich denke, man ist ja eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut, wenn wir mal sagen. Na gut, gibt Schlimmeres. So, och. Niemand ausgewählt. Okay. Hm. Warum? Warum verbaut man den sich auch selbst? Ich meine, klar wählen wir jetzt gerade zuerst, aber der ist doch nicht der erste, der dann normalerweise Morales nimmt. Normalerweise ist er immer als letztes dran. Äh. Wir wollen damit doch nur ihre Leute ärgern. Hm. Naja, gut. Na gut. Nova in Rot. Okay. Graubäne. Mhm. So. So. Gut. Sherell. Waller. Zeratul. Aber Zeratul ist ein Assassin, wie er im Gruppe steht. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch einen Heiler, weil ich, ähm, gut, ich habe zwar Heiler, aber, äh, die kann ich alle nicht spielen. Von daher ist das eigentlich ein bisschen blöd. Hm. Li Ming haben sie noch gewarnt. Okay, Riga haben sie... Zegara, das ist eine... Okay, man kann Zegara wohl auch interessant machen. Ist der dadurch ein bisschen größer geworden? Das sieht ja fast aus wie Abarthur. Nur eben nicht in fett und hässlich, sondern in... Relativ hübsch. Malfurion. Schweret sich keiner. Ich hätte vielleicht schneller reagieren sollen, dann... Hm. Keiner sagt was. Ich meine, ich habe jetzt auch... Also, man kann definitiv ohne Heiler spielen. Das ist gar kein Problem. Zumindest, äh... Sehe ich das immer so. Ich brauche keinen nicht dringenden Heiler. Ich meine, es ist immer ein schönes Extra, wenn man da... ...nochmal ein Stück länger drinbleiben kann im Kampf, aber... Wenn es mal eine alle ist, dann ist es mal eine alle, dann muss man raus. Da kann man nicht viel machen. Das ist einfach... Tja. Puh. Boah. Das ist dann hier vor allem die Frage, wie man es dann anstellt. Hm. Boah. So. Kromine, Nova, EG10, Malfurion, Sagara. Und ich gehe mal davon aus, dass die alle einigermaßen spielen können. Aber die Kombination, ich meine, Nova und Graumühne alleine sind schon ganz stark. ETC, wenn man wirklich mal gut spielt, dann ist ja auch eine Herausforderung, Malfurion. Lässt dich nicht unterkriegen, aber dich kriegt er auch nicht klein. Und Sagara, naja. Ähm. Ich sollte, ich weiß nicht, sollte ich mit Trel in die Mitte gehen? Oder alleine? Hm. 10 Sekunden. 5. 4. 3. 2. 1. Let your battle begin. Naja. Wollen wir mal sehen, auf wen wir hier treffen. Ähm. I must act. This enemy must be punished. So. So. Erster Todesfall. Ein gegnerisches Team. und auf jeden Fall zu. Und auf jeden Fall zu. Raumhäne. Schottschild und ich bin raus. Zumindest So lange, bis ich Wiederhergestellt bin Ähm Wollen wir da mal sehen Dann sehen wir nicht ein bisschen was Na, das brauche ich hier Um mich auch mal recht Dringend Boah, 10 Sekunden Hat er den erledigt? Nee Hat die mir ein bisschen geärgert Ich weiß ja für gewöhnlich auch aus Ach ja, macht ihn mal für mich kaputt Ja, ist egal So, ich muss mal kurz weg Wow So viel da ist Und das hätte ich mal gebrauchen können Was war das denn? Prozente Gesamtschaden Ach nee, Moment Ah, nächstes Streit Äh Ich wieder mit meinem Pferd Weil ich mir weg Und am Hinterweg Weil ich am Hinterweg schalte Irgendwie So, ich muss mal mit Cigar Nee, ich versuch's nicht mit Cigar Ja, ich versuch's Ja Ich versuch's Ich versuch's Ich versuch's Ich versuch's Ich versuch's Hm, hm, hm Ich habe heute ein bisschen geärgert Aber das muss man halt nur wieder So Ach, darum jetzt weiter Ah, ah, ah Dieser Elende Tut mir leid, aber dafür Ah Bin ich noch nicht bereit So, jetzt schon eher Ah Hm, 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 hm Hm, hm, hm Hm, hm, hm Ich hoffe, ich entkomme noch Okay Ah Schilddauer So Hm, immerhin haben sie Also ist das Ich hab's Das Vorder schon mal ein bisschen angedetscht Ähm Ich denk mal, da geh ich zu meinem Team besser Au, da ist ein, äh Hauptzug Da, 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 da Oh, da A Oh Das war Hm Haha, ha, ha, ha Well done Killing spree Okay Ha 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 Ah Nicht gut Nicht gut ich habe kein schocker mit einem das ist echt blöd und ich ich habe kein kopf zu sterben soll das wollte ich jetzt auch nicht sehen 1 10 1 geile statistik ich bin auch im weg das heißt aber nicht dass ihr euch da raushalten ist ja gut dass ich so viel hier am schaden hat wir helfen ich habe das scheiß vor gerettet also erzählen wir nichts von hilfe okay okay Danke schön Es ist schon wieder Es ist schon wieder Es ist schon wieder Was ist denn hier los? Die waren unten an dem Tempel und ich hab gar nicht gesehen, dass der aktiviert wurde Es ist auch die Originallogo Ich bin doch wieder da Ich bin doch wieder da Das ist schon wieder Ich bin doch immer richtig Klasse Das war jetzt echt genial Das war jetzt echt genial Jetzt müssen wir hier tatsächlich irgendwo reingreifen, sonst wird das nichts So Nova Okay, das war die falsche 3 L4 Hätte besser sein können Hm 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 Ich kann nochmal vorbei Just in case So, ich bin auf dem Weg Ja Was soll ich denn jetzt Alle auf einen Na ernst Hm Hm Will someone knock this hero out cold? Hm 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 Ja, komm schon Ja, komm schon Lang Lang Tja Das hat jetzt natürlich echt gerade mal lang gedauert Hm Falsch, falsch, falsch Und so Sehen sie, dass wir kommen Sehen sie, dass wir kommen Ah, ausgerechnet mich hat er jetzt Na gut Das ist gar nicht so schlimm Nein Wie Oh! REMAIN STEADFAST! This enemy must be punished! Now the rest! I shall be victorious! Still a healing! Keep it up, friend! Ah, that dumpster! Without delay! Ah! Verdammt! Ah, wiss ich hätte nie ans Tor ran gemusst, aber es war zu verlockend, den noch mitzunehmen. 317 Fühne. Kann man mitleben. Problematisch ist nur, jetzt werden gleich die Tempel wieder auftauchen. Müssen wir uns die erstmal holen. Gegnerisches Team hat... doch mehr Kills als mehr. Schade! Ich hab's jetzt wieder falsch geschrieben, aber ich hoffe er... er... Ach, gut. So, eins... Los geht's! Jetzt sind wir auf jeden Fall mal... zu dritt, das ist schon mal... ... ... ... ... Nein... ... ... ... Ah, wieso sind die eigentlich schon wieder tot? Das ist ja unglaublich. Okay, jetzt haben wir hier eine große Welle. Die sollten wir irgendwie mal davon abhalten, hier unsere Hilfe anzugreifen. Hm, 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 hm. Oh, ich hab vielleicht ein bisschen Hilfe gebraucht. Hm. Okay. Was ist denn hier los? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Hm. Sama. Hat der in der Schleife nicht aufgepasst, oder was? Hm. Wieso muss ich eigentlich immer die OP rausholen, obwohl ich ein, 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 ein eigentlicher Krieger bin? Whatever. Wie viel Vorteil dürften sie eigentlich nicht haben? Sie haben aber eben die... Okay, wenigstens haben wir da zwei sinnlose Attacken gemacht. Okay, den hab ich. Außer erhalte ich jetzt noch mehr. Äh. Ah. Ah, sein Geist noch. Jetzt kommt Nova und haut mir eine rein. Mist. Okay. Das Problem ist, ich hab nicht... Oh, doch, klar, mit meinen Autoankreifen generiere ich Leben. Schön, ja. Doch. Hm. So kann's funktionieren. Warte, wir haben vier von denen niedergemacht. Dann würde ich sagen... Mach ich mich mal hier hoch und versuch den zu bekommen. Warum auch nicht. Oh. Kommt schon. Alle jetzt. Natürlich auch alle da, aber vielleicht kriegen wir sie noch. Ich mein, wir haben immerhin das gleiche, äh, äh, Level. 4, 20, 6. Vorne könnte eine größere Zahl stehen, aber... Das endet doch wieder in einem... Desaster... ...für uns. Das ist... Der kam noch gut weg. Ich kam wohl gerade als letztes dazu. Tja, leider... ...leider... ...leider... ... haben wir da wohl jetzt doch wieder verloren. Das ist... ... schon klar halt sein Your core is unheightened. My health is renewed. So eine Kupie. Oh, schön. Bewegungsanlage. Geil. Wir haben noch eine Menge Schaden angerichtet. Aber eigentlich... Specialist haben wir nicht dabei. Schade. Okay. Was ist im Moment los? Was ist im Moment los, dass das alles so in die Hose geht? Da könnte man doch... Ja. Meine Magie fließt durch die Tempeln. Guardian! The darkness has taken you. Tja. So schnell kann es gehen. Ein Abstieg würde ich jetzt nicht sagen. Schönerweise... Bei einem guten Kampf gibt es vielleicht nicht ganz so viel an Abzug. Wer weiß, was das für... Whatever Regeln sind, wie auch immer. Auf jeden Fall sind es nur noch 750.000. Das bedeutet... 7... 8... 9... 9 Spiele. 9 bis 10 Spiele noch. Die werde ich dann wohl am Wochenende zusammen bekommen. Denn jetzt ist Feierabend für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! 10 Spiele noch. Die werden aufеру